yo leute ist der king is back und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal ja heute mal gibt es noch eine kleine info an euch da ich wieder versucht habe im top 10 ranking zu machen aber die schneide app funktioniert irgendwie nicht deswegen wollte ich euch sagen dass es daran liegt dass es dass ich in der letzten zeit keine videos mehr gemacht habe aber wenn das schneide programm nicht mehr funktionieren wird überhaupt nicht mehr dann werde ich mir eine andere art für euch aussuchen aber ich bleibe noch aktiv und ja